Ich bin sehr froh, dass ich hier bin und sehr froh, dass ich vor Rappidius hier spielen könnte. Ich probiere, ein bisschen Österreich zu sprechen. Sorry, wenn das nicht alles klappt, aber ich probiere es und haben Sie Fragen von mir. Willkommen einmal. Haben Sie schon einmal gehört von Kapfenberg, Wiener Neustadt, Wartersburg? Ich muss ehrlich sagen, ich folge die Österreichs League, weil viele holländische Spiele nur vor Wartersburg und Stephens sind. Ich habe schon mit einem kleinen Auge geguckt. Ich muss ehrlich sein, ich habe nicht jede Woche alle Wettkampfe geguckt im ersten Jahr. Aber ich weiß, der Spezialtherapid ist ein größer Name von der Story. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Nächste Frage.